Gestern hat in der alten Dorfturnhalle eine öffentliche Orientierung über das Grossprojekt auf dem Herring-Koop-Areal stattgefunden. Gegen 150 interessierte Prattlerinnen und Prattler haben teilgenommen. Die haben erfahren, dass das Areal an eine Investorengruppe verkauft worden ist und jetzt Vierfeld Prattler heisst. Der Name nimmt Bezug auf die vier Baufelder auf dem Areal. Die Veranstaltung gab an verschiedenen Informationsständen ausgiebig Gelegenheit, mit Prattler Behördenvertretern und mit den Vertretern der Firmen, die am Projekt beteiligt sind, zu diskutieren. Bei diesem Projekt ist Mettler2Invest Generalplaner und verantwortlich für die Umsetzung aller Projekte im Masterplan-Gebiet. Das Gesamtprojekt hat ein Volumen von ungefähr 180 Millionen Franken, verteilt auf vier Baufelder. Die vier Baufelder teilen sich drei Investoren auf. Das eine ist die Migropensionskasse. Die Helvetia-Versicherungen ist der zweite Investor. Der dritte Investor, der das Baufeld A macht, ist noch nicht bekannt. Die Helvetia-Versicherungen freuen sich, Ihnen auf 2015 dürfen attraktiven, bezahlbaren Wohn- und Geschäftsraum im Zentrum von Prattler anzubieten. Der Turm besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen. Es gibt den Sockelbereich und den eigentlichen Turm. Im Sockelbereich mit mehrheitlich Dienstleistungsnutzungen und Kleinwohnungen und wenigen größeren Wohnungen im Turm. Die Architektur verbindet die beiden Teile, indem die Balkone vor- und rückspringen, sodass aus beidem Sockel und Turm eine Einheit entsteht und der sich auch ins städtebauliche Umfeld einpasst. Die Migropensionskasse hat eine sehr lange Immobilie-Tradition. Wir haben bereits 1943 die ersten Liegenschaften gekauft und sind damit immer gut gefahren. Und die Prattler sehen wir als einmalige Gelegenheit, an einem guten Standort ein weiteres Investment zu tätigen. Die Migropensionskasse halten die Liegenschaft nicht spekulativ, sondern die dienen dazu, die künftige Renten auszahlen, also eigentlich zu sichern. Und die Prattler ist ein guter Standort, wo wir an eine Vollvermietung glauben. Wir machen hauptsächlich zwei und dreieinhalb Zimmerwohnungen. Das ist sicher im Trend und dürfte auch aufgrund der Bevölkerungsentwicklung nachhaltig gefreut sein. Wir freuen uns auf das Investment im Prattler.